Kohlenstoffmonoxid ist unscheinbar und das folgende Gerät kann unter Umständen Leben retten. Kohlenstoffmonoxid oder auch CO2 entsteht bei der Verbrennung bei einer Gasheizung, einem Holzofen oder bei einem Kamin. In vielen Bundesländern ist es mittlerweile Pflicht, einen CO2-Melder im Haus zu haben. CO2 ist unsichtbar und geruchslos, weswegen die Gefahren von CO2 sehr schwer einzuschätzen sind. Um euch hierbei auf dem Laufenden zu halten, präsentieren wir euch die besten Alternativen für CO2-Warnmelder. Und wir fangen an mit dem EI Electronics EI 208D Kohlenstoffmonoxid-Bahnmelder. Dieses funktioniert mit elektrochemischen Sensoren, welche eine Messung der CO2-Konzentration in der Luft vornehmen. Im 4-Sekunden-Rhythmus wird der CO2-Gehalt in der Umgebungsluft geprüft und beim Erreichen des Grenzwertes wird ein Signal abgegeben. Die Memory-Funktion dokumentiert des Weiteren das Überschreiten des Grenzwertes, wenn man abwesend ist. Bei diesem Produkt für 40 Euro gibt es einen elektrochemischen Sensor mit LCD-Display. Außerdem gibt es eine deutsche Version, des Weiteren ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vorzuweisen und es zählt als Amazon-Bestseller. Und die Vorteile dieses Produktes sind die 10 plus 1 Jahre Produktlebensdauer, des Weiteren die 10 Jahre Lithium-Batterielaufzeit und dass es in Kohlenstoffmonoxid kalibriert ist. Der Nachteil ist, dass hier keine LEDs enthalten sind und dass die Batterie eigentlich auch nicht unbedingt ausreichend ist. Der KIDI-CO-Alarm X10D ist ein kompakter Kohlenstoffmonoxid-Melder, der mit seiner Langlebigkeit und seinen vielen Features punktet. Das Produkt für 55 Euro verfügt über eine Digitalanzeige und die Vorteile bestehen darin, dass die Sensoren 10 Jahre halten, genauso wie die Lithium-Batterie, die auch 10 Jahre hält und dass ein Höchstwertspeicher vorhanden ist. Die Nachteile sind, dass hier Fehlalarme zustande kommen können und dass auch hier wieder die Batterie eigentlich nicht so wirklich ausreichend ist. Der ABOS Kohlenstoffmonoxid-Warnmelder COW-M300 reagiert schon bei niedrigen Konzentrationen. Es gibt eine optische Warnanzeige und einen lauten Warnton. Die elektrochemischen Sensoren haben eine Lebensdauer von 7 Jahren. Das Produkt verfügt über ein LCD-Display mit Anzeige der Kohlenstoffkonzentration. Des Weiteren gibt es eine Prüftaste für Funktionstest und das Produkt für 38 Euro erweist sich deswegen als gut, weil die Sensoren 7 Jahre haltbar sind, weil die akustische und die optische Warnung sich als sehr gut erweisen und weil eine Wand- und Standmontage möglich ist. Die Nachteile sind, dass es nicht so andauernd ist und dass es optische Mängel gibt. Der EY Electronics EY603TYC ist ein Melder, der bei erhöhter Wärmeentwicklung und beim erhöhten CO2-Gehalt ein Signal von sich gibt. Das Modell tut Warnmeldungen per Funk an das Smartphone weiterleiten. Die Vorteile dieses Produktes für 33 Euro sind die 10 plus 1 Jahre Produktlebensdauer, die 10 Jahre Lithium-Batterie-Laufzeit und dass es eine deutsche Version gibt. Des Weiteren ist eine Funkvernetzung mit weiteren Komponenten möglich und es gibt einen Hitze-Warnmelder. Die Nachteile bestehen darin, dass die Klebefläche unzuverlässig ist und dass es eine irreführende Anleitung gibt. Der XSense CO03D-Melder hat Gassensoren, die den CO2-Gehalt in der Luft messen. Der Alarm gilt nicht für Rauchentwicklungen bei Feuer oder Hitze. Alle 4 Sekunden misst dieses System die CO2-Konzentration im Raum. Bei diesem Produkt für 30 Euro haben sie eine empfindliche Kohlenmonoxid-Erkennung. Weitere Vorteile sind, dass der Alarm bis zu 85 Dezibel laut sein kann, dass das Display groß ist und über eine Hintergrundbeleuchtung verfügt und dass eine einfache Installation möglich ist. Die Nachteile sind, dass die Batterien nicht zuverlässig sind und dass ein Plastikgeruch erkennbar ist. Der NEMEX CO-Melder sollte da angebracht werden, wo es Verbrennungseinheiten gibt. Es erkennt Gefahren schon bei sehr geringer Konzentration und warnt mit einem optischen und auch einem akustischen Signal. 20 Euro kostet dieses Produkt und es verfügt über eine hohe Sensibilität. Der akustische Alarm ist bis zu 85 Dezibel laut und der optische Alarm verfügt über LED-Lichter. Es ist eine einfache Montage möglich. Der Nachteil ist, dass hier der Funktionsumfang nur sehr begrenzt ist. Das Smartware's Kohlenmonoxid-Melder-Modell verfügt über viele Features und über eine lange Lebensdauer. Es ist eine unkomplizierte Montage möglich und es gibt einen integrierten Funktionstest. Bei diesem Produkt sind die Batterien und anderes Zubehör wie beispielsweise der digitale Display inklusive. Außerdem gibt es eine wechselnde Displayanzeige zwischen Kohlenstoffmonoxid-Wert in ppm und der Temperatur. Das Produkt ist für 20 Euro erhältlich und die Vorteile bestehen darin, dass eine einfache und auch drahtlose Montage möglich ist, dass es einen langlebigen elektrochemischen Sensor gibt, der bis zu 7 Jahre halten kann und dass es eine Prüftaste für Funktionstests gibt. Der Nachteil ist hier, dass die Anleitung irreführend sein kann und dass es zu Fehlalarm kommen kann. Der EI Electronics 208 verfügt über eine lange Lebensdauer und es gibt eine deutsche Version dieses Modells. Des Weiteren verfügt es über Funktionen wie die Memory-Funktion und die Prüftaste. Die Vorteile sind die 10 plus 1 Jahre Produktlebensdauer, die Haltbarkeit der Lithium-Batterie, die 10 Jahre beträgt und dass es in Kohlenstoffmonoxid kalibriert ist. Die Nachteile sind, dass es hier keine LEDs gibt und dass die Batterie nicht ausreichend ist. Doch was ist eigentlich CO2? Es ist ein schädlicher Stoff, der bei Verbrennungen entsteht. Er ist sowohl geruchlos als auch unsichtbar. Er kommt auch bei Industrieabgasen und bei Bränden zustande. Kamine, Grille, Holzöfen und weiteres in der Richtung können auch CO2-Abgase ausstoßen, wenn sie nicht fachgerecht befeuert werden. Doch was ist ein CO2-Melder? Er ist klein, Handteller groß und nur einige Zentimeter hoch. Er verfügt über Sensoren, die die CO2-Konzentration in der Umgebung messen und bei der Überschreitung des Grenzwerts ein Signal von sich geben. Entweder optisch oder akustisch. Wie funktioniert ein CO2-Melder? Die meisten nutzen elektrochemische Sensoren, die mit Zynoxid funktionieren. Das CO2 reagiert mit dem Zynoxid, was die Leitfähigkeit der Sensoren stark reduziert. So wird die CO2-Gefährdung erkannt. Neben Rauchmeldern sind jetzt auch in vielen Bundesländern auch CO2-Melder vorgeschrieben. Überall, wo Ofen oder ähnliche Geräte angebracht werden, sollte auch ein CO2-Melder angebracht werden. Die Anschaffungskosten sind moderat und es wird langfristig Schutz geboten. Es gibt hier eine große Auswahl an Produkten von verschiedenen Anbietern. Hierbei handelt es sich nicht um bessere und schlechtere Produkte. Es gibt gute Modelle mit ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnissen und die etwas teureren Modelle, die zusätzliche Features aufweisen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch weitere Videos von uns sehen möchtet, klickt hier. Vergesst außerdem nicht uns zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit auf unserer Webseite www.digital-vergleich.de kontaktieren. Also, ciao und bleibt sicher!